Ich meine, ich kann es nicht. Alles hören wir mal an, Nico. Nico hat sich wieder ein bisschen gefangen. Der zweite Satz, der ging nämlich viel zu schnell. Aber er rückt sich 1,5 hinten. 1,10,4 oder was? Der vierte Beginn. 1,10,4 oder was? Der vierte Beginn. 2,10,4 oder was? Mittlerweile haben wir sich über die Lichter gekümmert. Die Schalosien sind unten. Das war nämlich im ersten Satz ein bisschen resiert worden. Schlechte Sicht durch Sonnenanstrahlen. Weiter, weiter. Wir in Körperspiel. Boah! Und ein Timeout von Nico Reitl. Da ist 7,6. Da nehmen wir noch einen Tipp an von Jürgen Haider, der gewinnt. Reitl oder Hörmann? Hörmann. Das ist gut so. Es gibt natürlich keine Außenseiterquote im Wettbewerb. Außerdem haben wir ja schon einen Hilbertsteiner, der hier Schwierigkeiten hat. Wir müssen ja nicht alle in dieser Runde rausfliegen. Bastian Hegenberger. 0,2 hinten. Und 6,6. Und dann geht's Schlag auf Schlag. Da kommt nämlich gleich das nächste Spitzespiel, das wir hoffentlich noch irgendwie ein bisschen filmen können. Maiki Hollow gegen Jürgen Haider. Sicher ein Schlager. Aber erst einmal hier 7,7. Hörmann Heider. Ein bisschen gewünscht durch den Netzroller. So. Das bringt dann immer aus dem Rhythmus. Da sind wir dann nachher auch vom Schlag her nicht zu einfach zu passieren. So. So. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. yes! So vier, fünf... Komm, komm, komm! Dann nghn, komm, komm! Das könnte man nicht drunter und nicht drüber... K eins, Es sieht manchmal so aus, beinahmend, als will er was riskieren, aber es ist dann nur Halt hat sie, oder drei Viertel hat sie. Aber das kann man nachvollziehen in so einer Situation. Jetzt aber wieder richtig mit Möbelharz gespielt, 10-9, Satzball Niko Reinkl, und das wäre das 2-1-Fiel. Bei Hegenberger steht es 0-2, aber 10-9 im dritten. Das ist schlecht, Mann! Das fangen wir schnell mal an. 10 Ball drin. Das Netz auf so einer Seite. Noch zacknet er. Braucht diesen Satz, sonst ist er raus aus dem Turnier. Und noch mal das Netz auf seiner Seite. Und immerhin nur noch 1-2. Da haben wir also wirklich, außer Sackle, Rinder, alle guten Bier am Tisch. und noch mal zwei, also noch 1-2, also noch 1-3, also noch 2-3, also noch 1-3... Also, dass wir heute eine Gerüche haben. Und noch 1. Komm, 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 komm! Hermann kriegt sich hier schwer. Genau, genau, genau! Hopp jetzt! Kämpfen, nicht kämpfen! Das muss mich nichts betäugern, aber es ist mir eigentlich erst mal schon aufgefallen worden. Irgendwie... Du musst doch nicht erzeugen. Ja! Nichts zu lange! Gut! Vielen Dank! Jetzt müssen wir nicht unbedingt gewinnen, ganz klar! Aber... So viel Dank hat er an seiner Seite! Er hat so viel mitgespielt! Er hat ihm so viel mitgespielt! Er hat ihm so viel mitgespielt! Er hat ihm so viel mitgespielt! Er hat mich nicht überzeugt! Er hat mich nicht überzeugt! Aber das ist natürlich meine rein subjektive Sicht der Dinge! Geht's! Ja! Kommen! Es muss nichts heiß sein! Es kann wieder expatieren! Kannst du anders sehen? Ja! Ja! Wut! 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 Lendino Hegenberger, Lendino 4-2-1, im Vorgensatz 3-1, also Hegenberger schon wieder hinten. Zelle, Main, Arbay, das muss man schon sagen, Ligue rein, da ist er flott unterwegs, er legt sich richtig gut. Bei ihm würde ich immer nicht gern sagen, er macht gerade in Wendelsheim bestes Spiel bei dieser Bayerischen. Alles natürlich die subjektiven Einschätzungen des alten Mannes unter der Kamera aus der Kreisliga. Ja, das sind diese Bälle, diese Freikant eben, die er genau auf den Schläger von Hermann trifft. Dann kommt der Ball schneller zurück, als man sich über den letzten tollen Schlag freuen kann. Und dann guckt man nur noch zu, wie eigentlich ein Ball, den man nochmal schießen könnte, wenn man den Ball jetzt nicht zu Ende rumspielen könnte, an einem vorbei. Tötschen ist.